ich weiß nicht was ich sagen soll mir fehlen einfach die worte für dieses game weil wie gesagt es ist geil ich weiß wie gesagt nicht was ich das zu sagen soll ich weiß es wirklich nicht ich denke mal wir müssen jetzt hier lang ok diese werden wir nicht aufschießen keine ahnung weiß ich nicht ist mir auch erst mal völlig egal warte ok oder auch nicht gut wieder sein können aber muss ja oder oder hervon oben hier 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 ist irgendein schuss wir müssen das dorthin schießen aber wiederum auch nicht ja lassen wir dieses mal wir gehen weiter vielleicht können wir das später für irgendwie eine waffe oder so ein upgrade ok 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 Maybe they'll sort this out themselves. Oh! Das ist unser Schützerstück. Wichtig war. Wie nicht, ne? Oh, mit mit dir. Okay. Hier ist wieder eine Tru...Kiste. Ich glaub, wir kommen da nicht rein, ne? Ja, wir brauchen auch wieder so'n Upgrade oder so'ne Waffe. Keine Ahnung. Okay. Lass uns ihn anziehen. Dort müssen wir lang. Ich komme für dich. Da, guck mal, da, da, da. Da, guck mal, da, da, da. Ist hier noch jemand? Ist hier noch irgendjemand? Ist hier noch irgendjemand? Okay, okay, okay. I'm sorry, I'm sorry. Oh shit, Grimpton's. I have to be honest. They're working for the G3, but still better than our friend from earlier. Oh, yes. If only they were all this week, you know. Yes, yes. I might ask you before I die. Oh, are you going to hurt me? I like that. Oh my God. Grenade! Sorry. That's this time a Gegner, I thought it would be on our side, yeah? Hi, tonight. Batcha by LaCroix. Lemonchello flavor. There are so many Gegners now. This is what I was made for, you know? Get ready for another wave, bounty hunter. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sorry. I need to be ready for the G3. Oh my god, these guys kill another G3. Geht einfach aus, warum fliegt ein Loftballon und hat Dünn-Schiss? Wenn sie auf den Loftballon schießt, also dieser Loftballon ist voll mit Scheiße, wenn sie drauf schießt, zerplatzt dieser und lässt die ganze Scheiße raus. Das ist ein Bizarer. Er ist so viele Gegner, man. Okay, wir müssen hier runter. Was ist das? Okay, äh... Ah, hier ist noch etwas. Hier ist noch eine Truhe. Nee. Dünn ich mir auch gern mit. Dazu sag ich nicht nein. Okay, das sollte uns runter in den Mines gehen. Going down, huh? Sorry, ich habe fast eine Krass-Joke, aber ich werde es. Ich werde es. Wir sind besser als das. Keine Krass-Jokes von mir, das ist ein Promete. Nicht von mir, von mir. Du könntest in ein paar Bases, und Lord nur weiß. Aber von mir, hier, als ein Gun-Charakter-Sidekick? Keine Krass-Jokes. 100% auf dem Level, mit dir. Und keine schlechte Sachen. Fuck, es stopt? So fetzen wir natürlich nicht, ne? Dass, äh... Fasch-Jokes draufhängt. Oder dass der hängen bleibt. Ja, wir müssen hier runter. Schade, dass wir keinen Tag noch machen können, ne? Schade für ein Blank-Warp-Ticket. In some way, to find out, where Krubus is. Let's get to work. Eh, nobody's gonna miss you. Ich sehe das, wie das auch anhört, wie ich das andere mit dem Kopfschuss, ne? Du kannst auch schon mit dem Kopfschuss. Entschuldigst du siehst. come on shoot the slime out of my trickle, what's so gross about that? come on 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 down to the quartermaster and support us the process of everything that goes on but we take the things with come on if you have a set, could you please fill out a performance for the box to the do you think I'm a traitor? say no there have a good rest of your day exploring the mines attention mine operation 12c it's me, Krubus speed things out I'm fucking underwater here trying to keep things on schedule holy shit hey he's got a Gatleon we gotta rescue it huh we're going now we're going now we're going now how do we come here we can... also we can... we're going now we're going now we're going now we're going now I don't know ok okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet ob wir jetzt hier krass jetzt nicht gestanden dass wir krieg warte wir kommen gleich wieder der trübe ist doch eine truhe da ist die gut wird kommen wir nicht rund ist neuner wie es mehrere truhen okay und das ist warum ich hier siten ich habe mich ich habe zu gehen wir sprechen später bye merle ich bin so sorry ich habe dich nicht gesehen ich bin helen ich muss nur wissen sind Sie die neue Hire oder die neue Boss? actually wir schauen für Krubus big deal all die neue Hire wollen Krubus gut gut mit der paperwork dann vielleicht wir sprechen uh as a matter of fact um I am I am I am the new Boss absolutely yeah right you're not honey that's funny though I like when the new hires have a sense of humor let's get y'all set up head on into the next room and find a place to work go on without me I haven't left this chair in years and I don't plan to start now thank god thank god they're here hey you must be the new office clerk right? just sort through that paperwork for us we're so small uh sure uh yes I will see what I can do oh geez okay this is more paperwork than I anticipated alright better get to work so you're still good for hyper feast later? what time did you say again? oh we're going oh yeah zork totally works hey newbie you know hyper feast? they create new life in front of you and you get to eat it alive? she's wild man hyper feast see you there girlfriend you're my girlfriend we're dating oh my god I'm going insane I'm going fucking nuts what? yeah uh god I think my brain break and done finally yeah uh fuck you haha 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 oh yeah you too you too it's fun you don't mind your brain breaking what you don't mind this fucking monotonous nightmare work no no it's nice it's cool to just give in to a broken brain I can't do math anymore and if I stay here another year I think I'll forget how to say three syllable words okay that honestly doesn't sound so bad it's not bad it's terrific fantastic amazing three words I won't be able to say next year so savor them now oh buddy I will you know I kind of don't mind this at all all in a day's work glad we got that all done there are there definitely is not going to be a third stack ah the cold sting of irony is that ironic I never really know hey what time did we say for hyper beast again are you listening to anything we said Zorg 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 oh I didn't see you there do you still sit here do you still sit here do you still sit here yeah this is still my spot okay yeah that makes sense it does it does yeah I think if I sit back down at my desk my soul is just gonna leave my body okay well I've got work to do yeah I know me too I can do all this fucking work just the whole fucking ugh okay we're done no more paperwork did you hear me I said no more paperwork not even a fourth stack okay good god damn you filled out those papers like a son of a bitch like a real bitch you are fuck you you're promoted you're free to go into Crubus' office why cause fuck you that's why I don't need a fucking reason I'm boss McBossington and I'll be in here jerking off or whatever fucking other stuff too I don't give a shit I've got work to do yeah I know me too I have to do all this fucking work that's the whole fucking problem man look just because we used to be married doesn't mean you can keep leaning on me to work through your issues that was one night we got married for one dumb night and had 16 kids you need to leave me alone oh geez yeah no I'm I'm so sorry I I didn't mean to bother you like that ugh it's it's fine just please let me get back to work I gotta be honest I totally forgot we used to be married and had 16 kids together that's not why I came over here I I just think you're nice and pretty and good at listening really? because I am I'm nice and good at listening oh yeah I know that very well wow well I think you're nice and good at listening too and you have a very hot body oh my god thank you that's so nice hey would would you maybe like want to get some drinks tonight like maybe around Zorg oh I made plans tonight actually yes I'm free I'd love that see you at Zorg I wish you I wish you much fun you huh huh so this must be Krubas's office there's gotta be something here we can use what is is that under I feel like we missed something in there you know I have no idea I have no idea oh 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 okay okay haben wir grad irgendeine 10 übersprungen ich wollte ja keine 10 überspringen ah ja das ist ich hätte drauf kommen können ja okay ich versuche dort irgendwie jetzt rüber zu schwingen hier nice damit wir zurück wir zurück hey hey wir müssen nicht arbeiten wir müssen nicht arbeiten wir müssen nicht arbeiten wir müssen haben wir brauchen eine kannere in case wir eine carbon monoxide wir können carbon monoxide wir können es wäre einfach es wäre einfach einfacher finden wir wir müssen zu schmacken es ist wirklich einfach sehr es ist wir müssen es wäre es wäre einfach es wäre es wäre es wäre es wäre ok jetzt müsste irgendwie über uns sein oder unter uns das problem ist kein problem okay hey listen we're here to help what's going on it's good don't give me a trouble no no it's okay we're friends we hate the g3 too wonderful thank god oh listen we're looking for a blank warp disk do you have any ideas ah yes our prince has a stack of them really all you need to do is clear out the warp base the g3 plopped on in our holy land then you'll reclaim the sacred grounds and rescue prince chosen one and then he'll give us a blank disk yes oh yes we can help each other oh what a fortuitous happenstance oh so what's your plan we have started our resistance not only do the g3 enslave us but they have desecrated our holiest of sights and absconded with our sweet prince prince chosen one that's that's him prince oh that's awful so you kidnapped this g3 mark as a bargaining chip to get your prince back oh yeah that's smart no we didn't think of that at all but it's fine we know where the prince is they swapped him out with the rest of our sacred grounds when they warped in a new base so you want us to go clear it out and then warp the throne room back oh heavens would you really do all that for us the base is just past his tunnel thank you thank you thank you is his name really prince chosen one yes he was named as such according to the prophecy and then after that was made into a prince so you trust your leaders to prophecies is he a good prince well the prophecy doesn't guarantee he's going to be good at his job it just tells us who to pick look i i i i don't know i don't know look if now is not the time to criticize us we're just you know we're distressed as it is i'm just doing my job all right we are off hey wollen wir mal die scheibe finden we're about to rescue a prince you know i'm a little nervous you know i hope he lives up to the hype hey listen when is a prince ever let anyone down you know what i mean oh shit this must be the place okay let's clear it out warte ja ja hier ist bestimmt einer dran naja gut ist aber egal gehen wir erstmal weiter kann jemand auch mal reinsammeln später na wenn ich interesse wenn interesse besteht warte warte das kennen wir doch irgendwoher guck mal dort oben ist die doch okay aber warte okay gut wir gehen erstmal hier rein okay ich glaube nicht dass es hier weiter geht dort geht es weiter oder auch nicht aber hier oben geht es weiter obwohl dort oben kann es ja nicht weiter gehen der einzigste weg ist doch wie lang hier durch oder ich bin hier okay let's head back outside and use this to reverse the war okay okay we just saved you you know maybe you could be a little grateful save me from what i'm fine look we were told you had some sort blank word disc ah yeah 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 sure i've got a bunch okay we got everything we need let's get back to ranchi's place and see if you know can help us in code them onto this machine ja gut machen wir dies ja gut machen wir dies ma where's my mom i'm hungry i want the bowl of clagorch prince chosen one i am so sorry but we're out of clagorch can i interest you in some pluglorb i don't want clagorb i want clagorch you said that you wouldn't run out of clagorch again you promised i don't even know why i stick around here if i leave you're all dig dang blooped just try and find a chosen one better than me i dare you oh no 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 please please it is already written in the prophecies set in stone for eons to come you are the chosen one there is no other do not dare us exactly yet you're out of clagorch again tell me where that makes sense just tell me there's a real disconnect going on we're so sorry chosen chosen one what about my lumbar support i thought you were gonna get something for my lumbar it's killing me i get warped out by g3 maniacs and i get back and my lumbar is a dire need of support i look around me and i don't see any ding dang support and on top of it all there's no clagorch we are so so undeserving clagorch is hard to come by forgive us prince chosen one i'm finding that pretty hard these days i'm going through a lot of stuff maybe you think it's easy being chosen but it ain't i'd love to see one of you guys be chosen i gave you your warp disk now get the fuck out of here what's a mix of what's a mix of what's a mix of